Leute, ich wollte mal eben sagen, ich habe es jetzt geschafft mit Kills per Match, also Kills in einer Runde, weltweit, ihr seht es hier auf dem Fortnite Tracker, auf der Fortnite Tracker Webseite hier oben, seht ihr es, ich bin auf Rang 17, weltweit, von den Kills per Match in Squad halt, und ja, hier haben wir, also das ist der DL King und sowas, und hier auf Platz 17 bin ich, also es ist kein Fake. Ihr könnt es übrigens auch nachgucken, hier oben ist der Link dazu, und ja, das wollte ich einfach nur sagen, wir können ja mal ganz was gucken, in Deutschland, insofern er das macht, ich kann es euch jetzt nicht versprechen, dass es funktioniert, aber ich hoffe mal, so, macht er es? Nee, okay, gut, gut Leute, aber, ähm, ihr habt es gerade eben gesehen, ich bin weltweit Rang 17 von Kills per Match, und ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben, schreibt, was ist denn gut, und abonniert den Kanal, und schreibt es diesmal rein, wenn es wieder heißt, Vorteil mit mir, bis dann, und tschüss.